Hast du Probleme mit dem H im Deutschen? Das ist schwer, stimmt's? H, H oder H. Wenn du es üben möchtest, hilft zum Beispiel ein Stück Papier. Das Papier nimmst du und sprichst hier das H. Es bewegt sich. Wenn du es nicht richtig sprichst, ist keine Bewegung. H, H, H. Es bewegt sich. Du kannst es auch mit der Hand probieren. Es geht genauso gut. Dann hast du hier Wärme und zwar H, H. Okay, probiere das aus und probiere jetzt auch dann die Nachsprechübungen. Also höre und spreche nach. Hin Hier Hit Hören Hilfe Himmel Hinauf Hinter Hinweis H Haben Hahn Halle Halle Halten Halb 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 Handel Hart Hase 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 Hälfte Hängen Hännen Handy Hätte Häte Hält Hässlich Hähnchen Heiß Heißt Heim Heizen Heilig Heimat Heirat Heiter Heilen Hoch Hose Hof Holen Holz Hort Hocker Honig Höchstens Höre Hören Höflich Höre Hölle Haut Haut Haus Haus Hauen Häuser Häufig Häute Hund Hund Hut Huh Huh Hunger Husten Hundert Hündin Hübsch Hühnchen Hülle Hülle Hemd Hemd Heer Heer Hell Hell Heft Heft Herd Helm Helm Helfen Helfen Hülle 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 Hölla Hülle Hülle Krpe Himme Helm Helme Helm 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 Behörde Deshalb Erhalten Innerhalb Flughafen Überhaupt Verhindern Deshalb, ja deshalb erhalten Behörden am Flughafen überhaupt Hinweise. Bühne Führen Gefahr Nehmen Ohne Theater Thema Theke Fahren C Früh Ja Schuh Fehler Hals Alten Halle Alt Alt Haus Hälfte Ende Ende Her Echt Hecke Hessen Erstellen Eis Eis Hier Hin Hin Offen Offen Und 89 Hecke None Her Hugh Wie 22 Marie ω Hauben rauben, die schon stauben. Dürfen Sie sich das erlauben? Hinter Hans Hansens Hühnerhaus hüpfen 100 Hasen raus. Hans hackt Holz hinterm Haus. Frank ist da, wo Hasen Hosen und Hosen Hosen heißen. Hunderthotige Hunde setzen hinter hunderthotigen Hasen her. Hinter hunderthotigen Hasen hetzen hunderthotige Hunde her. Die Alten Die Alten sie halten. Am Ende ihre Hände. An der Ecke die Hecke. In der Halle gleich alle. Die Alten sich unterhalten. Ist's heiß? Ein Eis. Ein Hund. Na und? Aus dem Haus nun raus. Die Alten sie gestalten. Sie hoffen ganz offen. Wir hier, dort ihr. Himmel und Hölle Die Alten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020